Zum Abschluss dieses Bandes 99 haben wir noch den Beginn eines Drei-Kapitel-Falls, wobei hier das erste Kapitel davon abgedruckt ist. Der Rest werden wir dann in Band 100 lesen, irgendwann voraussichtlich nächstes Jahr. Fall 11, die große TV-Detektiv-Show, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und über diese Show erzählt uns jetzt Philipp etwas. Genau, wir haben ja nur ein Kapitel abgedruckt diesmal. Und wir beginnen nicht mit Conan oder sonst wem, sondern mit Yusakou Kudo, der direkt das Polizeipräsidium verlässt, der weltberühmte Kriminalschriftsteller Yusakou Kudo. Und ja, er verkündet dann stolz den wartenden Nachrichtensendern mit ihren Reportern, dass er in einer Sondersendung am nächsten Tag, glaube ich, zur Primetime 20 Uhr, obwohl ich glaube, die Primetime ist in Japan um 21 Uhr, also um 20 Uhr im Fernsehen, live einen Fall, eine Mordserie aufklären wird. Genau, das schaut sich dann noch eine verdächtige, mysteriöse Person auf einem Telefon an, diese Berichterstattung davon, dass Yusakou Kudo eben den Fall aufklären möchte. Genau, dann einige Zeit später erfährt dann auch Conan von diesem Fall, eben von Yukiko, weil Yusakou leider erkrankt ist. Und ja, die beiden gehen dann in Shinichis Haus oder im Haus der Familie Kudo gemeinsam diesen Fall durch. Also es gibt, ja, mehrere Opfer in einem Serienmord, in alle vereinen so ein bisschen, dass der Tatort etwas unaufgeräumt ist. Ansonsten haben wir eigentlich wenig Gemeinsamkeiten zwischen diesen drei Tatorten. Ja, und es kommt dann, wie es kommen muss. Also, es war so geplant, dass Yukiko sich dann als Yusakou verkleidet, weil Yusakou ja eben verhindert ist durch eine Lebensmittelvergiftung. Aber es kommt dann auch so, dass Yukiko auch verhindert wird, weil sie eben das gleiche gegessen hat wie Yusakou. Also können beide nicht, ja, vor die Presse treten und diese Live-Sendung eben abhalten. Und Conan ist jetzt, ja, etwas gewohnt, weil er den Fall auch durchschaut hat, möchte aber den Fernsehsender dann entsprechend absagen. Doch dann, ganz zum Schluss dieses ersten Kapitels, klingelt es an der Tür des Hauses und es macht Yusakou Kudo auf, beziehungsweise steht vor der Tür. Aber es ist nicht Yusakou Kudo, sondern eventuell eine andere Person, die sich als Yusakou Kudo verkleidet hat. Wer das denn ist, das erfahren wir entweder in Band 100, der dann hoffentlich vor September 2022 erscheint. Oder ihr nutzt jetzt die Chance und lest, wie ich schon am Anfang des Podcasts erwähnt hatte, weiter mit Detective Conan Weekly. Da müsstet ihr dann einsteigen mit Weekly 1059. Das wäre das nächste Weekly, was ihr dann lesen müsstet, wenn ihr jetzt so geflasht seid von dem letzten Fall hier aus Band 99 und unbedingt wissen wollt, wie es denn weitergeht. Wer sich denn hier eventuell als Yusakou Kudo verkleidet hat und ob diese Live-Sendung denn tatsächlich so stattfinden kann, wie sie eigentlich geplant war. Und ja, ich übergebe damit an euch, falls ihr schon ein Fazit abgeben wollt. Ich glaube, so viel ist ja hier noch nicht zu sagen. Wir kennen den Fall natürlich schon aus Weekly in voller Gänze, aber ja, bisher haben wir hier nur ein Kapitel vorliegen. Wenn ich es hier so auf dieses Kapitel beschränke, dann würde ich sagen, das gefällt mir alles sehr gut. Ich mag am Anfang, wie Yusakou halt so rauskommt und die so sagen, ah, sie haben hier diesen Fall mit Kaito Kid gelöst und so. Und ihr entlastet und Yusakou sagt so, ah nee, ich war eigentlich wegen etwas ganz anderem hier. Das mit Kid habe ich so nebenbei gemacht, irgendwie so. Hör, ich war hier eigentlich wegen einem Mordfall. Das fand ich ganz cool, wie Yusakou das alles so macht. Und dass er auch diesen coolen Spruch da bringt, irgendwie haben sie noch eine Worte an Kaito Kid und dass er dann so sagt, ey, Kaito Kid, wenn du irgendwie denkst, du schließt meine Schuld, kauf doch ein Buch von mir. Ich brauche noch mehr Geld. Das fand ich alles ganz nett. Und so Interaktion. Ich liebe ja Shinichi und ich liebe die Familie Kudo. Ich liebe auch Shinichi mehr als Conan, beziehungsweise ich sehe Conan nicht so als unterschiedlichen Charakter zu Shinichi. Und dass wir hier mehr Interaktion sehen mit seiner Mutter, dass er mit ihr also einkaufen geht und so ein bisschen Kudo-Familien-Dynamik sehen. Das freut meinen Kudo-Familien-Fanherz doch schon sehr. Und wie sie dann so mit ihm spielen und wie Yuki Kuin auch so ein bisschen teaselt. Ja, wenn Akai hier gewesen wäre, dann hätten wir dich natürlich gar nicht erst anrufen müssen. Aber jetzt, wo du schon mal hier bist. Und er hat so gesagt, ja, ja, mhm, mhm. Und dass Conan dann so sagt, oh ja, ich habe den Fall gelöst. Und seine Mutter ist dann so, ah, mein Shinichi, ja, toll. Dann verkleide ich mich mal, auch wenn wir den Täter nicht haben. Und Conan ist dann so, ja, den Täter habe ich eigentlich auch schon durchschaut. Naja, ich bin halt cool. Und dann so, also so für sich gesehen, ich bewerte jetzt nicht den ganzen Fall, sondern nur dieses Kapitel. Aber so von diesem Kapitel her, vielleicht auch, weil ich eben so Fan von dieser speziellen Charakterkonstellation bin, also allgemein, hat mir dieses Kapitel sehr gut gefallen. Da musste ich sehr viel lächeln und da hatte ich so ein wohliges Gefühl. Das fand ich schön. Ja, ich muss dazu noch sagen, es sind hier übrigens auch nur Erzählungen von den Tatorten. Also wir sind nicht direkt am Tatort, wie auch bei diesem Kogoro-Toilettenfall. Ich weiß nicht, wie es dir hier gefallen hat, Johannes. Eventuell etwas besser oder schlechter als bei Kogoro. Ja, immerhin haben wir hier konkret die ganzen Polizeiakten und Tatort-Fotos und alles drum. Ja, es ist ein bisschen anders tatsächlich von der Aufmachung, aber schon vom Stil her ähnlich. Also, ja. Ja, ich weiß nicht. Das ist ja insgesamt in dieser TV-Show, da wird es ja eingebettet. Von daher finde ich das da okay, sage ich mal. Bei dem anderen Fall, da hätte er jetzt irgendwie nicht davon, ja, naja, ich weiß nicht. Also ich finde es hier besser irgendwie umgesetzt. Ich glaube, das hat auch damit was zu tun, dass man nicht wirklich erst aus Reinerzählungen hat. Ich meine, bei dem anderen Fall, da hatten wir auch irgendwie, hat Joko ja nochmal irgendwie das Foto gezeigt von den einzelnen Leuten und so. Was ja auch irgendwie dann für das Motiv eine wichtige Rolle gespielt hatte am Ende. Aber hier, weiß ich nicht, da hatten wir ja wirklich unzählige Fotos, die sich Conan auch irgendwie angucken konnte. Und da, weiß ich nicht, hat mir das hier besser gefallen, muss ich sagen. Was mir natürlich nicht gut gefallen hat, ist, dass Azumi Morita, meine Namensvetterin, gestorben ist. Das hat mir nicht gut gefallen, aber ansonsten, auch was Lasse eben gesagt hatte mit dem Zusammenspiel der Familie Coudor, das hat mir richtig gut gefallen. Bin ich ganz bei dir, also das zu sehen und so, das hat mir sehr viel Freude bereitet. Auch ich durfte viel lächeln und ja, schöner Einstieg, wirklich schöner Einstieg. Ja, schöner Einstieg finde ich hier auch sehr gut. Ich finde, es passiert schon so viel in diesem nur ersten Kapitel und dachte eigentlich so, ihr habt es gesagt, es sind nur drei Kapitel. Ich dachte, da wird noch wesentlich mehr draus, bei dem, was hier alles noch so angesprochen wurde. Aber ihr könnt es ja, wie Philipp schon sagte, dann im Wiki zu Ende lesen oder ihr wartet mit mir zusammen auf Band 100, dann nächstes Jahr. Also, ja, fand ich sehr schön, den Einstieg hier, alles, was ihr so gesagt habt und auch Yusaku Kudos Auftritt ganz am Anfang, fand ich auch sehr schön. Und ich möchte hier erwähnen, weil bis zum Band 100 werde ich es vergessen haben, die Szene hier war schön, wo er dann eben von dieser Sondersendung berichtet, wo er den Fall aufklären will. Und er da ganz freulich darüber berichtet, diesem Reporter, haben sie doch nicht davon gehört, da trete ich auf und dann sage ich alles. Und dieser Reporter denkt sich nur, ah, das ist ja schön, die Sendung läuft gar nicht bei uns. So, das fand ich eine sehr schöne Szene. Und er redet da voll begeistert von und ja, auch was Lasse gesagt hatte mit dem, du willst mir danken, dann kauf mein Buch. Also, sehr schöne Szenen hat er hier und ja, dann auch, aber so das Typische, dass er dann ausgenockt wird und dann wird Yukiko wird auch noch ausgenockt. Also, ich bin sehr gespannt, was da noch alles passiert und jetzt auf einmal steht da Yusaku Kudo wieder vor der Tür und grinst so. Also, man kann sich schon ein paar Gedanken machen, wer das sein könnte, aber ja, wir werden es in Band 100 erfahren. Noch so ein kleines, nettes Detail, dass dann im Hintergrund, wenn man den Sendeplan sieht, dass da sich die Zeit genommen wurde, da so ein bisschen die Unterhaltungssendung, die da vorläuft, so Zweigsesselbuntes zu nennen, in Anlehnung an die DDR-Unterhaltungsshow Ein Kesselbuntes und dann irgendwie so auch dieses Fernsehdrama XXL und dann kamst du, finden sie zusammen und so, dass man sich da auch so ein bisschen die Mühe gemacht hat, das alles so richtig zu übersetzen und nicht einfach nur so wörtlich, sondern hier auch so einen kleinen deutschen Gag mit einzubauen, das ist ganz nett. Was mir jetzt nur noch eingefallen ist, wo wir gerade am Loben sind, ich fand auch irgendwie diese, ich weiß nicht, dieses ganze Kapitel hat schon so viele kleine, nette Sachen, worüber man dann einfach schmunzeln oder lachen muss und auch dieses, natürlich, ich habe dasselbe gegessen wie bei einem Ehemann, wir sind ja schließlich ein Ehepaar an der einen Stelle, dann auch als Konfrakt, ob sie etwa dasselbe gegessen hat wie Yusaku. Ich weiß nicht, da waren so viele kleine Sachen drin, die einen irgendwie zum Schmunzeln gebracht haben, wo man sich so gedacht hat, so ja, das hättest du vielleicht dann auch mal früher erwähnen können oder so. Das ist halt irgendwie, und irgendwie dann auch wieder dieses typische Kodo-Ding, dass dann, dass dieses Selbstbewusstsein in der Selbstpräsentiererei, das ist schon, dieses kleine bisschen Arroganz, das ist schon immer wieder nett, wenn man das so dann spürt, dass das dann immer so ein Ding ist, was so in der Familie geblieben ist, auf jeden Fall, zumindest beim Vater und beim Sohn auf jeden Fall, und bei Yukiko sieht man das ja auch an vielen Stellen, das ist schon irgendwie ganz nett, da muss man dann sehr viel schmunzeln. Also es hat viel Spaß gemacht, dieses Kapitel zu lesen und da hatte ich auch, als ich das im Wiki gelesen hatte, hatte ich irgendwie auch gar keine Lust, jetzt lange auf das nächste Kapitel zu warten, da hätte ich auf jeden Fall die Wartezeit gerne schneller vorbeifliegen sehen.